Moin Leute, ich werde immer wieder gefragt, wo ich denn meine Musik herbekomme für die Videos und was das für Titel sind. Heute möchte ich mal ein bisschen Werbung für die Plattform machen, die ich dafür benutze. Es handelt sich dabei um Epidemic Sound. Epidemic Sound ist halt eine Sound Library, die haben über 30.000 Titel und da kann man Musik lizenzieren. Das Preismodell ist meiner Meinung nach für Leute interessant, die regelmäßig viel Musik benötigen, also zum Beispiel alle, die auf YouTube aktiv sind, aber zum Beispiel auch Fotografen, die zum Beispiel Hochzeitsdiashows machen. Dafür verwende ich die Musik auch. Ihr zahlt monatlich 13 Euro und könnt dann alle Titel frei benutzen. Das Schöne ist, rein vom Handling her, man registriert dann seinen YouTube-Kanal und dann sind quasi alle Titel automatisch registriert. Wer bei YouTube ist, der kennt das vielleicht, man hat mal eine Musik benutzt, wofür man nicht die Lizenz gleich eingereicht hatte und dann bekommt man erstmal eine Meldung über Urheberrechtsverletzung. Da muss man da wieder Einspruch einheben, muss dann wieder einen Lizenznachweis hinschicken und so weiter und das fällt alles weg. Also einmal den Kanal hier registrieren und dann könnt ihr die Musik frei benutzen, so viel ihr wollt. Könnt ihr 30 Tage testen, macht das, vor allem auch, um einfach mal zu gucken, ob da Musik bei ist, die euch gefällt. Musik finden ist natürlich auch die größte Strafarbeit, also für mich zumindest. Ich finde das teilweise extrem nervig, weil man muss wirklich sehr, sehr viele Titel hören, bis man dann was gefunden hat, was gut passt. Man kann hier nach Kategorien suchen, also zum Beispiel sagt man hier Funk, man möchte Geschwindigkeit, jetzt hier Medium haben und zum Beispiel kann man auch nach einer Länge suchen. Länge finde ich ganz gut, gerade für Videos braucht man ja oft kurze Stücke, die vielleicht 20, 30, 40 Sekunden lang sind. Und natürlich kann man Musik ausfaden, man kann sie auch schneiden, aber ich persönlich finde das ganz schön, wenn eine Musik auch wirklich ein richtiges Ende hat. Also wenn sie am Ende dann und dann auch wirklich zu Ende ist und man die nicht irgendwie so laienhaft ausfaden muss. Also da gibt es hier die verschiedensten Suchkriterien. Ihr könnt natürlich auch nach Text suchen. Hier habe ich zum Beispiel nach Japan jetzt mal gesucht, einfach um Musik zu finden. Musik Die so ein bisschen japanisch angehaucht ist für unsere bevorstehende Tokio-Reise. Also da könnt ihr natürlich nach allen möglichen suchen, Wedding, was auch immer. Ihr habt dann hier auch Soundeffekte. Da gibt es alles Mögliche, also irgendwelche Punch-Geräusche oder zum Beispiel auch so ein Kameraauslöser. Also es gibt da alles. Es gibt irgendwie Lachen, Schreien, also tausende an Soundeffekten. Was ich ganz cool finde, aber auch hier gibt es so eine Kategorie, die nennt sich Stings. Und Stings sind im Grunde genommen, ja das ist so für einen Spieler. Ich spiele mal hier einen vor. Musik Also das sind Stücke, die meistens irgendwie so fünf bis zehn Sekunden sind und ganz gut geeignet sind, um Dinge anzukündigen. Oder um Übergänge zu machen. Ihr könnt euch dann natürlich Playlisten erstellen. Ich habe hier Playlisten zum Beispiel für meine Live-Shows. Da habe ich Musik drin, die ich benutze. Ja, entweder mal mittendrin für Dia-Shows, für den Start. Also zum Beispiel das hier. Das ist der Start von meinen Live-Shows. Das hier kennt ihr vielleicht auch. Ja, oder der Abspann von meinen Live-Shows. Also ihr seht schon, es gibt hier wirklich eine ganze Menge auch guter Musik, die muss man aber finden. Und um aber gute Musik zu finden, gibt es hier eine Funktion, die ich persönlich ganz sexy finde. Und zwar Find Similar. Wenn ihr also ein Lied gefunden habt, wo ihr sagt, Mensch, das ist ganz cool, das gefällt mir wirklich, dann drückt ihr mal auf Find Similar und anhand verschiedenster Kriterien sucht Epidemic dann ähnliche Sounds raus. Ich muss gestehen, auch das funktioniert mal besser und mal schlechter. Also das sind natürlich dann auch nicht alles Treffer. Aber da habe ich bisher so den, ja, am meisten Erfolg mitgehabt. Also hier, wenn wir mal... Also ihr seht, wie gesagt, funktioniert mal gut, mal schlecht. Ich finde dieses Find Similar auf jeden Fall extrem gut. Ja, dann könnt ihr das Ganze in Playlisten packen, könnt das Ganze dann runterladen. Ihr könnt auch, wenn ihr das runterladet, könnt ihr zum Beispiel auch hier verschiedene Mixe oder nur Einzelspuren runterladen. Also das finde ich schon insgesamt, also hier bei diesen Stamps, da könnt ihr zum Beispiel sagen, ihr möchtet nur den Bass haben, ihr möchtet nur das Schlagzeug haben. Also das ist natürlich für Leute, die wirklich professionell Musik machen, vielleicht ganz gut. Denke mal, für uns YouTuber ist das nicht ganz so interessant. Ihr könnt auch Playlisten freigeben. Also wenn ihr hier zum Beispiel eine Playlist habt, ich habe hier diese Wedding Playlist. Die könnte ich jetzt hier sagen Share und dann könnte ich die halt an Leute weiterreichen. Was hier dann ganz cool ist, man kann sich zum Beispiel bei Epidemic anmelden, einen Account machen, ohne dass man jetzt, ohne dass man gleich hier ein Abo abschließt und dann gemeinsam Musik raussuchen. Also wenn ich jetzt angenommen mit drei Leuten an einem Projekt arbeite und dann reicht es, wenn einer den Epidemic Account hat und die anderen beiden können mit drauf zugreifen und packen dann Lieder in die Playlist rein. Also das finde ich persönlich schon insgesamt ganz sexy. Ja, hier gibt es halt die Playlist für Wedding, das nehme ich halt so für die Hochzeitsdiashows. Also insgesamt eigentlich eine ganz sexy Geschichte. Ja, wie gesagt, wollte ich euch eigentlich nur mal kurz zeigen, nur mal so als Anregung. Ich denke, das ist, die meisten von euch brauchen das gar nicht, aber alle, die halt auch ein bisschen Musik machen, Quatsch, die auch Videos machen und dafür Musik brauchen regelmäßig, die können sich das mal angucken. In jedem Fall empfehle ich euch, testet das. Ihr könnt Epidemic 30 Tage lang kostenlos testen. Also einfach mal schauen, vor allem ist da Musik bei, die mir auch gefällt. Werde ich da auch fündig oder ist das alles nur Schrott? Ich habe hier unten nochmal so einen Link zum Testen reingepackt. Oh, das war schon wieder. Ja, probiert es einfach mal aus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.